Die Mid Journey Version 6 ist da und das hier um mich die Runde sind die Bilder, die ich gerade gemacht habe. Die Qualität ist einfach unglaublich. Also die Details, gerade von Fotos wie von Steaks und Personen ist der Wahnsinn. Auch Close-Ups von Tieren funktionieren sehr gut. Mittlerweile kann man sogar Schrift hier mit einbauen, wie man sieht. Und auch dieses Close-Up von dieser Wasserblase, die gerade am Platzen ist, finde ich unglaublich gut. Lasst uns einfach mal ein paar Vergleiche ansehen und wie man das Ganze umsetzt. Hier habe ich den gleichen Prompt laufen lassen. Das hier ist die Version 5.2. Also die bis vorhin immer aktiv war, die beste Version. Auch die macht natürlich richtig, richtig gute Bilder von Close-Ups von Personen, wie zum Beispiel von dieser Frau. Das wurde schon richtig, richtig gut. Ich habe genau denselben Prompt nochmal genommen und einfach hier reingeworfen in die Version 6. Und ich muss sagen, der Output der Version 6, der ist schon wirklich um einiges besser. Also die Details sind wirklich unglaublich gut. Wenn man hier reinsummt, das wird wirklich enorm und gerade wenn man ein solches Bild gross macht. Wenn man das Bild komplett aufmacht, dann sieht man wirklich, wie enorm die Details sind. Hier kann man das Ganze nochmal recht gut vergleichen. Diese ersten vier Bilder, also das hier, das, da, dieses und auch das, das ist die Version 5.2. Und dieses hier, das da, dieses und auch das, das sind die Version 6. Also man sieht schon wirklich, die Version 6 macht unglaublich gute Bilder. Version 5.2 ist nicht schlecht, aber die Details sind auf einem komplett anderen Level, wie ich finde. Dieser Instagram-User hat ein paar Bilder miteinander vergleicht, immer mit demselben Prompt. Hier zum Beispiel eine Bar, wo auch dabei stehen sollte Open Late. In der Version 5.2 ist der Text natürlich katastrophal, man kann hier überhaupt nichts lesen. Und in der Version 6 sieht man perfekt Open Late ohne Fehler und auch generell die Qualität viel besser. Hier Version 6 gegen 5.2 im gleichen Prompt von einer Frau auf diesem Boot. Auch hier sieht man in Version 6, wie viel mehr Details da sind. Diese Wasserblase, die platzt, sowas ähnliches habe auch ich versucht zu machen. Version 5.2 gegen Version 6. Ich glaube, ich habe in Version 6 auch noch den besseren Prompt gehabt, deshalb wurde meine Blase noch etwas besser. Bilder aus den 1980ern, die Version 6 gegen die Version 5.2. Ich denke, auch hier fängt die Version 6 den Style einfach viel besser ein. Löwen in der Natur. Natürlich auch die Version 5.2 machte schon richtig, richtig gute Bilder. Aber die Details sind in Version 6 einfach nochmal auf einem komplett anderen Level. Dieses Space-Ding hat mich nicht wirklich gecatcht. Okay, in 5.2 sah es noch komischer aus. Dafür bin ich wohl nicht ganz der Typ. Das antike Rom wurde in der Version 6 um einiges besser eingefangen, gerade wenn man sich die Details der einzelnen Personen ansieht. Und auch hier bei diesem Bild wurde das Style, besonders vom Hintergrund, einfach viel, viel besser eingefangen. Sehen wir uns an, wie wir das Ganze verwenden. Meistens verwendet man es natürlich immer noch in Discord. Und alles, was man machen muss, um mit der Version 6 zu arbeiten, ist ganz einfach folgendes. Man schreibt Slash in den Discord-Chat. Man gibt das S ein für Settings. Diese Settings schickt man ganz einfach im Chat ab. Und dann bekommt man die Einstellungen. Hier sieht man das schon. Normalerweise ist bei dieser Auswahl automatisch die Version 5.2 aktiviert. Jetzt können wir Slash-Image eingeben und irgendeinen Prompt einfügen. Zum Beispiel den hier. Und wir schicken meinetwegen noch das Aspect-Ratio. Und wir schicken das Ganze ab. Jetzt haben wir also die Version 5.2. Wenn wir natürlich nochmal Slash-Settings machen, schicken das Ganze ab und gehen danach auf die Version 6. Dann können wir schön die Version 6 auswählen. Man sieht, die ist aktuell noch in einer Alpha-Phase. Ich gehe davon aus, dass hier noch vieles, vieles angepasst werden wird. Aber sie funktioniert und darauf kommt es an. Arbeiten tut man genau gleich. Natürlich Slash-Image, den Prompt. Meinetwegen danach noch eine Aspect-Ratio. Und man schickt das Ganze ab. Und danach können wir nochmal ganz kurz vergleichen. Version 5.2 gegen Version 6 im gleichen Style. Beziehungsweise genau mit dem gleichen Prompt. Solange das lädt, kann ich ja mal kurz zeigen, womit ich meine Prompts schreibe. Meine Prompts schreibe ich mit diesem Prompt-Generator. Das ist ein kleiner GPT, den ich selbst generiert habe. Alles, was man dafür machen muss, ist ganz einfach, auf meinen GPT drauf zu klicken, den ich unten in der Beschreibung verlinke. Und danach kann man was eingeben. Das würde so aussehen, dass man einfach nur draufklickt auf meinen GPT, also Mid-Journey-Prompt-Generator. Man klickt dann, was man gerne hat, zum Beispiel ein Prompt for a Macro-Shot of a Flower. Und danach bekommt man den Prompt ausgespuckt. Es werden automatisch Kameralinsen und Kameraperspektiven mit eingebaut. Und das Ganze sollte recht gut funktionieren. Diesen Prompt kann man jetzt ganz einfach kopieren. Man geht zurück in Discord, slash imagine, man fügt den Prompt ein, wählt noch ein Aspect Ratio, wenn man will, und man sendet das Ganze ab. Lasst uns erstmal vergleichen Version 5.2 mit diesem Prompt. Hat eigentlich auch schon recht gute Bilder gemacht. Diese sind vielleicht nicht perfekt fotorealistisch. Ja doch, realistisch sind sie schon. Aber man merkt noch ein klein wenig, dass es halt eben ein KI-Bild ist. Und die Version 6, also die ist eigentlich wirklich auf einem neuen Level. Diese Bilder sehen jetzt mittlerweile wirklich aus wie vom Fotografen. Und die Menschen sehen sehr, sehr viel realistischer aus, bin ich zumindest der Meinung. Die Haut hat ein klein wenig Sommersprossen und so weiter. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das im Prompt mit enthalten ist, da ich den einfach nur kopiert habe. Aber die Qualität ist auf einem komplett neuen Level. Lasst uns mal ansehen, wie unsere Blume danach so aussieht. Auch der Macro-Shot von der Blume wurde richtig, richtig gut. Man sieht, wie viele unglaubliche Details auf den Bildern sind. Natürlich kann man immer noch auf U klicken für ein Upscale. Klicke ich auf U1, bekomme ich dasselbe Bild zurück und kann auch das etwas weiter bearbeiten, wenn ich will. Ich kann ein Upscale machen. Ich kann ein kreatives Upscale machen. Ich kann Variationen machen, kleine Variationen und grosse Variationen. Es sieht so aus, als ob das In-Painting und Out-Painting aktuell noch nicht verfügbar ist. Aber wie gesagt, das ist natürlich in einer Alpha-Version. Die Alpha-Version funktioniert sehr, sehr gut. Lasst uns noch ein paar Bilder ansehen, die ich vorhin hier gemacht habe. Also Macro-Shot der Bienen, die haben wirklich auch unglaublich gut funktioniert. Man sieht sich nur diese Details an, also das ist schon unglaublich. Die Pollen und alles, die ganzen kleinen Haare der Tiere. Hier diese Hunde mit dem Schild, das hat auch gut funktioniert. Go eat that yourself, also das kannst du dir ruhig mal selber essen. Er ist scheinbar nicht zufrieden mit dem Futter, was er bekommt. Auch dieses Bild wurde sehr gut. Und hier wurde die Schrift nicht ganz perfekt. Also natürlich funktioniert das nicht immer zu 100%. Hier diese Frau hatten wir schon. Steaks, die Steaks wurden wirklich auch sehr, sehr gut. Also die Steaks sehen wirklich fast besser aus, wie von einem Profi-Fotografen, wenn man sich auch das Salz daneben ansieht. Das sieht schon richtig perfekt aus. Auch dieses Deep-Bone-Stake, unglaublich realistisch und gut. Das sind hier diese Blasen. Das ist im Übrigen der Prompt, den ich verwendet habe. Ja, der Prompt ist sehr lang, den habe ich mit dem Prompt-Generator gemacht. Auch hier die Details sind wirklich unglaublich gut. Man sieht die ganzen Reflektionen der Sonne. Also das sieht schon wirklich sehr, sehr professionell aus alles. Hier nochmal ein Close-Up von einer Frau. Auch gerade dieses Bild, das wurde wirklich auch enorm gut. Die Details beim Mund, bei der Nase, bei den Augen, die Haut. Diese ganzen Bilder wurden wirklich enorm gut, wie ich finde. Und hier sind noch ein paar Bilder von diesen Close-Ups der Augen, weil mich diese sehr fasziniert haben. Ich glaube, eines dieser Bilder wird wahrscheinlich ein Thumbnail für irgendein Video auf YouTube werden. Ich bin wirklich, wirklich überzeugt von diesen Bildern. Die sehen wirklich enorm aus. Also die Details sind wirklich unglaublich. Lass mich gerne wissen, welches dieser Bilder dir am besten gefällt. Da wäre ich wirklich gespannt. In diesem Sinne, teste das Ding gerne mal aus. Ich bin mir relativ sicher, dass ein Hobbyfotograf noch nicht mal solch gute Bilder hinkriegt, als die KI mittlerweile.